Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich herzlich wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ja, Tiefenwinschlucht. 15 Mann WG. Den wir erstmal hier. Mal wieder anpassen. Ja, was hat sich zum letzten Mal geändert? Ähm, ja, ich hab hier wieder selbst so ein Highlight drin. Ich kam mit dem Schild irgendwie nie. Ich kam nie wirklich mehr zurecht. Keine Ahnung. Eigentlich ist es ja praktisch, ne? Weil, ähm, es ist halt ein passiver Absorb. Hat später, ich glaub irgendwas mit 4 Sekunden, ähm, äh, wo er brockt. Weil ich hab ja den Haste-Buff und so weiter noch. Moment, gehen. Ich glaub, das wird sich nie ändern. Ähm, ähm, ja, hat später, äh, prockt, glaub ich, alle 4 Sekunden oder so. Oder 4, guck mal, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es eigentlich sehr praktisch. Am Ewig komm ich damit nicht zurecht. Keine Ahnung. Ich weiß irgendwie nicht, also der selbstlose Highlight würde ich irgendwie lieber so schnell ein Heal rausdrücken mit mehr Tempo durch den Buff halt, ne? Also, ach, keine Ahnung. Ich hab mich auch vielleicht zu sehr dran gewöhnt. Ja, irgendwo wahrscheinlich, hör mal, verlässt sich ja nach einer Zeit so ein bisschen da drauf, weil es ist dann bereit. Und, äh, ja, dann kann man, weiß man genau, ich kann's halt drücken. Ich hab das bereit. Ja, ich hab's, äh, was weiß ich, hab dann, ich bin's irgendwie auch gewohnt, dass ich dann bis zu 3 Incentils hab, ne? Richtspruch, ähm, 3 heilige Macht, egal wie. Also, entweder über göttliche Bestimmung oder ich hab's halt einfach vorhanden, ähm, und dann halt zusätzlich noch, äh, durch selbstlose Highlight einen Instant-Licht-Blitz, der nichts kostet. Also, das ist dann irgendwo die Gewohnheit schon mittlerweile geworden. Würde ich mal behaupten, deswegen komm ich damit nicht zurecht. Weil man muss ja dann schon ein bisschen anders spielen. Weil man halt nicht 3 Incentils hat. Ja, schön, kommt ihr alle mit? Ja, kommt ihr. Ich geh da nicht rein, die Wahnsinnigen. Super. Ja, oh nein, das ist ja jetzt schon wieder dumm. Ah, das ist doch schon wieder dumm, jetzt kommt keiner mit. Wenn die Leute nicht mehr in die Mitte kommen, dann wird das nix. Das haben wir jetzt schon... Den Zerk haben wir verloren. Wahrscheinlich zumindest. Wieso halt? Ah, geht mir nicht, ob ich gesagt habe, okay. Ah, Mist. Da ist ein Hunter, der sterben kann. Der sterben wird. Dafür sorge ich. Erstmal hast du weniger Leben, mein Freund. Fick dich. Tilt mir den Pally hier. Mini Burst. Ah, natürlich. Ah, fick dich doch. Was war denn das? Oh, natürlich. Seelen-Ernte natürlich. So, ein Drecksack. Doppelstun. Na gut, da kann ich auch nicht mehr machen. Hatte ich was? Ne, ich hatte nix. Bob? Ich glaube, Bob hatte ich. Warte, konnte ich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ach, keine Ahnung, ich habe gar nicht so drauf geachtet. Ich habe mich zu sehr verlassen, dass ich nicht verrecke. Wir haben tatsächlich den Punkt hier. Wir haben sogar noch den. Ich bin begeistert. Ach, kranker Schaden. Wer nicht jemals heultet, da ist ne Ile. Ne, die gehen da runter. Ja, gehen wir auch runter. Oh, der ist gleich da. Der ist down. Der ist auch down. Scheiße. Der ist da unten nur noch einer. Und das sind wahrscheinlich 200. Schade, jetzt habe ich gleich, ich kann da helfen. Ne, das kann ich vergessen. Heiler, 2 DDs, nö. Das ist Mission Impossible. Das schaffe ich mal nisch. Das Russen ist keine Russen. Was sind das eigentlich? Ach, Insel, auf. Ich habe mich nicht geguckt. Aber ne, die müssen doch eigentlich dann jetzt runterkommen. Nachbuffen. Na, da sind sie schon mal. Der sie. Ah, okay. Flak, äh, Lohre. Ja, allein gehe ich da nicht hin. Das ist einer. Ey, das ist doch wieder dumm. Jetzt ist keiner da. Jetzt sind nur hier die in der Mitte. Nein, Eule. Oh, Gott. So, wird das nix. Ist heilig gegeben. Mit Empowered Seeds kann man schön gegen ne Eule, äh, gegen heilen. Gegen ne Eule gegen heilen. Das klang genauso falsch wie... Kann man das Pad vieren. Decay's dann. Äh, ich hab das Pad gefeiert. Natürlich. Das ist doch ein Heiler. Mal gucken, ob man den wegziehen kann. Er will nämlich grad verarschen. Was drückt denn der für Damage? Assozial. Ich weiß, ein Pad fielen. Boah, das war eben hart lächerlich. Das war auch lächerlich. Alter Schwede. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der jemand noch geheilt hat, aber... Wahrscheinlich. Ja, könnte sogar hinkommen. Ey, was ein Damage. Ich mein, ich mag ja persönlich Unholy. Und ein Unholy wird auch gerne unterschätzt, aber... Das war ja echt nicht mehr normal. Okay, da ist nix mehr. Waffen. Ganz wichtig. Was haben wir denn zwei? Die haben uns vielleicht die Lore durchgebracht. Äh, unsere Lore geklaut. Boah, scheiße. Jetzt gibt's einen Zerg in der Mitte. Wahrscheinlich ein kurzer nur. Heiliger Stahlzeit. Oh Gott. Oh nein, jetzt hab ich... Ach, verschwendet. Super. Silence. Gleich down. Nummer 1. Oh. Geh meh, geh meh, geh meh, geh meh, geh meh. Yes. Whoa, 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 whoa. Oh fuck, Alter Krass, Scheiße Hat er noch die Farbe da? Das ist schon übel Haltet mich irgendwie am Leben, das wäre sehr nett Oh Scheiße Das war's Ey, keine Chance, sorry Keine Chance Ach, ich werde bespuckt Wie geil Ja, super, was mache ich denn hier? Ich könnte jetzt sagen Es ist eine Eule von den Allis Eine Eule von den Allis bespuckt mich Scheiße, wie geil Der ist jetzt abgelaufen Weil ich so Das ist genial Was habe ich denn gemacht? Eieieiei Hm Komm, du wirst sterben Keiner mag dich, du bist in Decay Bist eh overpowered Mach ich doch Oh Ach, den kennen wir doch Na komm her, jetzt ziehen wir mal dich weg Oh, der verfickte Spastik Jetzt zieht den doch nicht weg So Das war fürs Spucken Oh Das muss ja wirklich sein Immer diese Lamas in BGs Was Tja, aber die werden trotzdem irgendwann Sonst ständig halt in die Ohren klauen Na ja, egal Jetzt haben wir mal ein bisschen hier Runkelblödel Ich kann mal sie mal holen Ist immer der gleiche Geht in der langen Ach, der geht wieder zurück Tja Spuckt der mich einfach Ohne Grundverhaltes Das ist das Geilste Das hätte ich so, dass ich irgendwas Schlimmes gemacht habe Du bleibst hier Okay, Bubble Dann können wir auch Zu dem hier gehen Tötet er ihn jetzt? Okay Dann hallen wir dich mal Was soll das jetzt hier? Ah, nur gewartet Hier geblieben Ja, da haben wir verloren Und Deckhers schlägt noch ein Ja gut War halt nix, ne? Ja, was soll man machen? Das war halt wieder so ein BG Was eigentlich irgendwie blöd lief Aber gut, was soll's Ich sag wie immer Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare und so weiter Und Welcher Spielstil gefällt euch eigentlich am besten? Welche Talente mögt ihr denn auch so? Ab damit mal in die Kommentare Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Video Und dann geht's mal auf Da ist das Töne Dann geht's mal auf Dissert 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 Dissert